Liebe Werniger Röderinnen, liebe Werniger Röder, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Oberbürgermeister informiert. Heute zu einem ganz speziellen Thema, was für die Stadt Werniger Rode von herausragender Bedeutung ist. Sie wissen, Werniger Rode ist eine bunte, grüne, artenreiche Stadt und wir haben eine Vielzahl von Grünflächen, die jeden Monat sehr intensiv gepflegt wurden. Nun ist aber vielen von Ihnen auch bekannt, dass die natürliche Vielfalt ganz anders aussieht. Rasenmahd ist wichtig, trägt auch dazu bei, dass die Stadt schön ordentlich aussieht. Aber wir wissen alle, dass die Natur von sich aus eine enorme Kraft entwickelt und letztlich jede Wiese dazu führen würde, tolle Blütenpracht zu entwickeln und damit einen Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten und anderem Getier bieten würde. Wir wollen versuchen, mit einer neuen Strategie, mit unseren Grünflächen in der Stadt, diesem Ziel auch ein Stück näher zu kommen, nämlich etwas für die Artenvielfalt, für die Biodiversität in unserer Stadt zu tun. Deshalb haben wir uns im Rahmen eines von der Bundesregierung geförderten Projektes entschlossen, etwa ein Drittel aller Grünflächen der Stadt Werniger Brote nicht so intensiv zu mähen, wie Sie es beispielsweise hier auf dieser Stelle sehen, sondern uns zu entscheiden, zu sagen, an der einen oder anderen Stelle bleibt die Wiese einmal so, wie sie von Natur aus wäre, nämlich so, wie es hier zu sehen ist. Es liegt also nicht daran, dass es in diesem Jahr viel regnet und alles stark wächst oder dass die Mitarbeiter des Grünamtes und des Bauamtes ihre Arbeit nicht schaffen, sondern es liegt daran, dass wir hier der Artenvielfalt einen neuen Raum geben wollen. Und blühende Wiesen sind natürlich etwas fürs Auge. Der Mensch erfreut sich daran, insbesondere sicherlich auch die Kinder und die Insekten auf jeden Fall. Wir wissen, dass Blütenstaub für die Insekten die Grundnahrung darstellen, dass sie eigentlich überleben und jüngste Zählungen zeigen, dass eine Vielzahl unserer Insekten in der heutigen Zeit ausgestorben sind, aus unterschiedlichen Gründen. Und deshalb wollen wir uns mit diesem Projekt auch der Sicherung der Artenvielfalt in unserer Stadt widmen. Und ich hoffe bei Ihnen, liebe Werniger Röderinnen und Werniger Röder, auch Verständnis und dass Sie die Wiesen, die mal nicht gemäht sind, mit einem ganz anderen Auge sehen.